Bei Dua Lipa und Callum Turner hat es offenbar mächtig gefunkt. Die Sängerin und der Schauspieler werden Anfang des Jahres beim Kuscheln durch einen Türspalt beobachtet. Kurze Zeit später gibt es die ersten Knutschfotos. Und auch nach einem Event werden die Turteltauben gemeinsam gesehen. Doch wie ernst ist es zwischen den beiden? Ein Insider plaudert aus. Es ist noch sehr frisch, aber sie sind verrückt nacheinander. Das bestätigt auch ein weiterer Informant. Er fügt aber hinzu, dass es noch zu früh sei, um beurteilen zu können, ob es bei ihnen etwas Langfristiges ist. Die One-Kiss-Interpretin äußert sich bisher noch nicht dazu. Der Masters of the Air-Darsteller hält sich ebenfalls ziemlich bedeckt. Angesprochen auf seine vermeintliche Romanze sagt er nur, ich weiß nichts davon. Die gemeinsamen Fotos sprechen zwar für sich, aber vielleicht ist es auch nur noch eine Frage der Zeit, bis Dua und Callum ihre Liebe ganz offiziell machen.